Hast du schon einmal von Selbstständigen gehört, denen plötzlich die Bankkonten vom Finanzamt gefändet wurden? Hast du vielleicht auch selbst schon mal Bescheide mit hohen Nachzahlungen bekommen? Das geht vielen Selbstständigen so, doch als Steuerberater weiß ich, dass diese Horrorgeschichten sich problemlos vermeiden lassen, indem du deine Steuervorauszahlungen im Blick behältst und regelmäßig anpassen lässt. In diesem Video lernst du, wann welche Vorauszahlungen fällig werden und wie du eigenständig dafür sorgen kannst, dass du eben gerade nicht von hohen Nachzahlungen überrascht wirst. Hi, mein Name ist Ken Kuyper und ich bin Steuerberater. Und ich habe es schon häufiger von Selbstständigen von Unternehmern gehört, dass sie plötzlich Probleme mit dem Finanzamt hatten, weil ein Bescheid gekommen ist, da kam eine hohe Nachzahlung raus oder weil Umsatzsteuervoranmeldungen geschätzt wurden, die Liquidität war nicht da, auf einmal wurde das Bankkonto gefändet, bekomme ich also wirklich immer wieder auch von Selbstständigen mit und versuche ich auch bei meinen eigenen Mandanten sehr, sehr penibel zu vermeiden, indem ich eben regelmäßig auch für die Mandanten die Vorauszahlungen überprüfe und gegebenenfalls auch anpassen lasse. Doch damit du das Ganze selber machen kannst, müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Was gibt es überhaupt für Vorauszahlungen? Es ist in Deutschland so, wenn du dich selbstständig machst, hast du in der Regel mit drei Steuerarten zu tun, nämlich einmal mit der Einkommenssteuer, einmal mit der Gewerbesteuer und mit der Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer muss man dazu sagen, bestimmte Unternehmer haben damit nichts zu tun, beispielsweise wenn du steuerfreie Umsätze hast oder eben ein Kleinunternehmer bist. Auch bei der Gewerbesteuer muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Selbstständige, die nicht gewerbesteuerpflichtig sind, weil sie zu den sogenannten Freiberuflern beispielsweise gehören oder auch Land- und Forstwirte sind, nicht gewerbesteuerpflichtig. Aber die allermeisten Selbstständigen haben doch mit allen drei Steuerarten zu tun und bei allen drei Steuerarten wird die Steuer eben erstmal durch eine Vorauszahlung erhoben und einmal im Jahr muss man dann eine Steuererklärung abgeben, bei der sich dann entweder eine Nachzahlung oder eine Erstattung ergibt, weil eben die Vorauszahlungen zu hoch oder zu niedrig waren. Und das Absurde daran ist, und deswegen ist es so schwer, den Überblick zu bewahren, ist, dass es für alle drei Steuerarten völlig unterschiedliche Zeitpunkte, völlig unterschiedliche Fristen gibt, wann diese Vorauszahlungen fällig werden. Bei der Einkommensteuer ist es beispielsweise so und Einkommensteuer bezahlt ja jeder Selbstständige auf seinen Gewinn, auf seine Einkünfte. Da ist es so, es gibt vier Vorauszahlungen jedes Jahr und zwar am 10.03., am 10.06., am 10.09. und am 10.12. Also viermal im Jahr, immer dieser 10. kurz vor Ablauf des Quartals immer so ein bisschen auch verschoben. Das heißt, diese Daten muss man schon mal im Blick halten. Bei der Gewerbesteuer gibt es auch vier Vorauszahlungen, die sind aber an anderen Terminen und zwar am 15. Februar, am 15. Mai, am 15. August und am 15.11. Das heißt, du siehst schon mal allein an dieser Aufstellung, die Daten sind schon verschoben. Ja, also da überhaupt den Blick zu behalten, ah, okay, 15. Februar, jetzt muss ich die Gewerbesteuer vorauszahlen, ein paar Wochen danach, ah, okay, jetzt muss ich die Einkommensteuer vorauszahlen. Also da wirklich den Blick drauf zu behalten, ist schon nicht so einfach. Und bei der Umsatzsteuer ist es dann so, da ist es auch der 10. des Monats, 10. aber es ist eben entweder der 10. des Folgemonats oder der 10. mit Ablauf des Quartals. Also es könnte der 10. Februar sein für den Januar, es könnte der 10.03. für den Februar sein, das wäre also monatlich, ja, geht dann entsprechend so weiter. Es könnte aber auch, falls du quartalsweise Voranmeldungen abgibst, eben der 10.04. sein, ja, mit Ablauf des ersten Quartals, 10 Tage danach oder eben der 10.07. mit Ablauf des zweiten Quartals oder eben der 10.10. oder eben der 10.01. Also auch das will man im Blick behalten. Das heißt, du musst also erst mal klären, gerade bei der Umsatzsteuer, was habe ich überhaupt für eine Zahlweise? Davon hängt schon mal das Ganze ab und bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer sind die Termine fest, aber die konterkarieren teilweise eben auch die Umsatzsteuertermine und das kannst du kaum im Blick behalten. Deswegen der erste Tipp, den ich dir geben kann als Selbstständiger, Tipp Nummer 1 ist, leg dir einen sogenannten Steuerkalender an, ja, Steuerkalender anlegen und in diesen Steuerkalender schreibst du dir mal all diese ganzen Termine rein. Also du checkst mal ab, was ist mit der Umsatzsteuer? Bin ich monatlicher Zahler oder bin ich quartalsweiser Zahler? Es gibt auch noch eine Dauerfristverlängerung, das würde das Thema jetzt noch komplizierter machen. Also check erst mal die Umsatzsteuersituation ab, wann muss ich welche Umsatzsteuer überweisen? Dann guckst du, bin ich gewerbesteuerpflichtig oder nicht? Einkommensteuer und trägst diese ganzen Termine mal in den Kalender ein. Am Anfang vom Jahr würde ich das machen für das ganze Jahr, dass du auf jeden Fall weißt, wann du was machen musst. Man kann auch überlegen, das wäre jetzt Tipp Nummer 2, ob man dem Finanzamt SEPA-Mandate ausstellt. Dann würde das Finanzamt nämlich von alleine hingehen und würde die entsprechenden Steuerbeträge abbuchen. Das heißt, du bräuchtest nicht daran zu denken, dass du beispielsweise am 10.3. deine Einkommensteuer überweist, sondern das Finanzamt bucht ab. Dadurch kannst du zum Beispiel auch Säumniszuschläge verhindern, weil das Problem ist, wenn du irgendwas nicht fristgerecht bezahlst, entstehen in der Regel auch Säumniszuschläge, lässt sich mit den SEPA-Mandaten vermeiden. Muss man sich aber überlegen, ob man das machen möchte. Ich zum Beispiel habe kein SEPA-Mandat, weil ich einen Steuerkalender habe und ich mache das immer ganz gerne von Hand, weil ich habe ein eigenes Konto für meine Steuern und dann gehe ich immer hin, wenn ich weiß, da kommt jetzt eine Steuerzahlung und buche erst mal Geld dahin und dann überweise ich von dem Konto ans Finanzamt. So mache ich es. Aber SEPA-Mandat, wenn du eben auf dem Bankkonto immer genug Liquidität auch hast, macht an der Stelle durchaus Sinn, muss man sich überlegen. Aber auch das SEPA-Mandat letzten Endes befreit dich nicht davon, einen Steuerkalender anzulegen, weil du musst eben schauen, wenn das Finanzamt jetzt Steuerbeträge einzieht und das kann ja durchaus auch schon mal eine ganze Menge sein, dass überhaupt genug Liquidität auf dem Bankkonto drauf ist, auf dem das Finanzamt dann einzieht. Das muss man dann eben schauen. Ich zum Beispiel habe eine Kontenstruktur mit mehreren verschiedenen Bankkonten, verschiedene Rücklagenkonten und bei mir ist es eben so, ich muss immer vor einer Vorauszahlung erst mal Geld auf das Finanzamtkonto rüberschieben von einem anderen Konto. Deswegen habe ich den Steuerkalender und überweise es dann einfach manuell, weil ich es sowieso überwachen muss. Aber du könntest eben auch beides in Kombination machen. Aber den Steuerkalender würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen. Das ist schon mal der erste Schritt. Punkt Nummer zwei. Die Umsatzsteuervoranmeldung, die variiert ja von Voranmeldungszeitraum zu Voranmeldungszeitraum. Die hängt ja davon ab, wie viel Umsatz du in einem Monat gemacht hast, wie viele Vorsteuerbeträge du davon abziehen kannst etc. Das heißt, wenn du einen Steuerbrat hast, bekommst du von dem in der Regel immer mitgeteilt, wie viel Umsatzsteuer es denn jetzt zum nächsten Zahlungstermin ist. Wenn du deine Umsatzsteuervoranmeldung selber machst, dann kannst du das Ganze in der Regel auch relativ einfach aufrufen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall hier auch mal zu machen. Also das schwankt jeden Monat. Die Gewerbesteuer und die Einkommensteuervorauszahlungen, die laufen tatsächlich gleich. Und die werden meistens mit dem letzten Steuerbescheid festgesetzt. Also wenn ich jetzt einen Steuerbescheid, wir haben jetzt Mitte 2024, wenn ich jetzt einen Steuerbescheid für letztes Jahr bekomme, Einkommensteuer 2023, dann werden auf Basis dessen meistens die Vorauszahlungen festgesetzt. Ich würde mich darauf auf diesen Weg aber nicht unbedingt verlassen, weil das Problem ist natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, ich hatte 2023 eine höhere Nachzahlung gehabt, dann würde das Finanzamt ja jetzt für 24 höhere Vorauszahlungen festsetzen. Wir haben jetzt aber schon Sommer 2024. Das heißt, es bleiben ja nur noch die Termine 10.9. und 10.12. Wenn also das Finanzamt jetzt höhere Vorauszahlungen festsetzt, dann verteilt sich dieser Erhöhungsbetrag auf diese beiden Termine. Und dann werden diese beiden Vorauszahlungen hier zum Beispiel teurer, als wenn ich von Anfang an hingegangen wäre und hätte meine Vorauszahlungen eigenständig anpassen lassen. Dann hätte sich nämlich dieser Betrag auf die vier Quartale etwas gleichmäßiger verteilt, wäre eine niedrigere Belastung pro Quartal gewesen. Ja, also auch sowas. Ich würde mich nicht immer unbedingt damit verlassen, aber so werden eben Vorauszahlungen festgesetzt. In der Regel auf Basis des letzten Steuerbescheids. Und wenn man davon ausgeht, du machst jedes Jahr eben mehr Gewinn, dein Unternehmen wächst jedes Jahr, davon gehen wir ja mal aus, du bist erfolgreich selbstständig, die Zahlen werden jedes Jahr ein bisschen größer, führt das dazu, dass du immer eine Nachzahlung haben wirst und dass deine Vorauszahlungen auch immer nach oben angepasst werden, aber meistens zu spät. Und dadurch entsteht dann wieder eine Nachzahlung im Folgejahr. Ist einfach nicht optimal. Das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir da eine Struktur rein? Meine Empfehlung, du musst erst mal wissen, wie viel Gewinn wirst du ungefähr in diesem Jahr machen. Muss man schätzen. Dafür brauchst du einen Überblick zu deinen Zahlen. Also du solltest idealerweise mit jeder Buchhaltung, die du machst, jeden Monat deinen vorläufigen Gewinn dir genau ansehen. Passt das mit dem, was ich prognostiziert habe, oder passt das nicht? Also ich setze mich am Anfang von einem Jahr hin, überlege mir, wie viel Gewinn werde ich dieses Jahr voraussichtlich machen? Ich kann das ganz gut kalkulieren oder schätzen. Und auf Basis dessen werden am Anfang vom Jahr die Vorauszahlungen festgesetzt. Und dann gucke ich jeden Monat, wenn ich meine Monatsbuchhaltung fertig habe, bin ich denn mit dem Gewinn da, womit ich gerechnet habe? Oder habe ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Gewinn oder auch ein bisschen weniger Gewinn gemacht? Und auf Basis dieser Veränderung treffe ich dann eine neue Prognose, muss ich vielleicht die Vorauszahlungen anpassen oder nicht? Ich stelle jetzt nicht jeden Monat einen Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen, das nicht, aber ich schaue zumindest mal jeden Monat ganz gut rein. Haut das, was ich jetzt tatsächlich an Gewinn vorläufig mache, haut das denn ganz gut hin mit meiner Schätzung oder eben auch nicht, dann weiß ich schon mal, in welche Richtung es gehen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hoch sollten denn deine Vorauszahlungen sein? Ich persönlich mache es immer so, ich setze mich am Anfang vom Jahr hin und überlege erst mal, wie viel Gewinn werde ich denn dieses Jahr voraussichtlich machen? Also Pi mal Daumen, wo werde ich wahrscheinlich landen? Das ist natürlich eine Prognose, das ist eine Schätzung, aber du kannst ja schlecht in die Zukunft gucken. Deswegen die Gedanken mache ich mir. So, dann komme ich meistens schon darauf, ich mache dieses Jahr ein bisschen mehr Gewinn als das letzte Jahr. Das heißt, die Vorauszahlungen sollte ich auf jeden Fall mal anpassen lassen. Und jetzt nehmen wir mal an, mein Gewinn soll betragen 80.000 Euro. Stellt sich ja jetzt die Frage, auf 80.000 Euro Gewinn, wie viel Steuer wird anfallen? Und was muss ich dem Finanzamt mitteilen, dass es jetzt eben die Vorauszahlungen anpassen soll? Und dafür gibt es ein ganz wunderbares Tool. Ich blende dir das hier mal ein, nämlich du kannst bei der Suchmaschine deiner Wahl einfach eingeben BMF Steuerrechner und dann siehst du direkt hier den Lohn- und Einkommensteuerrechner vom Bundesfinanzministerium. Ich werde dir den passenden Link auch in der Videobeschreibung verlinken, dann kommst du direkt drauf. So sieht das aus, relativ unspektakuläre Internetseite. Du kannst jetzt hier auf das Aufklappmenü gehen und auf Berechnungen der Einkommensteuer klicken. Jetzt kannst du dir das Jahr aussuchen, Stand jetzt 2024 und du kannst eben eingeben, wie hoch ist dein zuversteuerndes Einkommen. Und zuversteuerndes Einkommen, das muss man wissen, das ist die Summe all deiner Einkünfte abzüglich deiner Krankenversicherungsbeiträge beispielsweise, abzüglich deiner Rentenversicherungsbeiträge, so denn du überhaupt welche zahlst, abzüglich deiner Kinderfreibeträge, wenn du denn welche bekommst. Also zuversteuerndes Einkommen ist wirklich das, was am Ende wirklich netto nach Abzug aller möglichen Dinge übrig bleibt. Wenn ich also jetzt davon ausgehe, ich mache als Selbstständiger vielleicht 80.000 Euro Gewinn, meine private Krankenversicherung kostet 400 Euro im Monat, dann kann ich also Pi mal Daumen sagen, okay 80.000 Euro Gewinn, 4.800 Euro Krankenversicherung, wahrscheinlich habe ich noch das ein oder andere, was ich auch noch abziehen kann, irgendwelche Handwerkerleistungen oder so. Also sagen wir mal 75.000 wäre mein ZVE. Damit würde man ganz gut hinkommen. So, jetzt kannst du eben sagen berechnen und du würdest jetzt hier sehen, okay, ich zahle in der Summe 21.000 Euro Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag. Du siehst jetzt auch hier, dein durchschnittlicher Steuersatz beträgt 28 Prozent, dein Grenzsteuersatz beträgt 42 Prozent. Vielleicht kurz zu den Begriffen. Durchschnittsteuersatz ist eben der Steuersatz, der durchschnittlich auf deine 75.000 Euro angewendet wird. Der Einkommensteuertarif in Deutschland verläuft aber nicht linear. Also dann würde der so hier linear nach oben gehen. Das ist aber nicht so, sondern du siehst das hier in blau dargestellt, kann man sich unten ansehen. Die ersten knapp 11.000 Euro werden gar nicht besteuert. Das nennt sich der Grundfreibetrag. Dann gibt es hier den Eingangssteuersatz 14 Prozent. Der gilt dann eine Weile. Dann gibt es mal eine Phase, wo der Steuersatz linear steigt. Und dann gibt es den sogenannten Spitzensteuersatz. Den erreicht man bei knapp an die 70.000 Euro Einkommen. Und ab da zahlst du dann 42 Prozent. Und zwar für jedes Euro oder für jeden Euro Einkommen, der jetzt noch draufkommt. Also das eine ist die durchschnittliche Belastung. Da sind die unteren Einkommensstufen mit einkalkuliert. Das andere ist die Grenzsteuerbelastung. Und das meint eben, wenn ich jetzt nach den 75.000 Euro noch einen Euro mehr verdienen würde, ich würde jetzt noch einen Euro mehr Gewinn machen, dann würde dieser eine Euro für sich betrachtet eben mit 42 Prozent Spitzensteuersatz besteuert. In der Summe im Schnitt zahle ich aber nur 28 Prozent Einkommensteuer. Das sind so diese beiden Begriffe. Das vielleicht am Rande. So, das heißt, ich sehe jetzt 21.000 Euro. Das ist also meine gesamte Steuerbelastung. Und wenn es jetzt darum geht, Vorauszahlungen festzusetzen, ich weiß, wir haben vier Quartale. Dann würde ich mir jetzt eben diese 21.000 Euro nehmen, würde sie durch vier teilen und wüsste, ich müsste 5.300 Euro jedes Quartal zahlen. Und wenn sich am Ende des Jahres rausstellt, ich komme mit diesen 75.000 Euro hin, dann weiß ich schon mal, okay, ich werde dann also, weil ich 5.000 Euro jedes Quartal vorausgezahlt habe, keine Nachzahlung mehr bekommen. Es würde genau passen. Wenn ich am Ende nur auf 70.000 ZVE komme, bekomme ich eben ein bisschen was zurück. Und wenn ich bei 80.000 Euro lande, muss ich eben noch ein bisschen was vorauszahlen. Vielleicht hier noch kurz die Anmerkung. Wenn du verheiratet bist, also du müsstest hier beim ZVE bitte andere Einkünfte auch noch mit einrechnen. Nehmen wir mal an, du bist nicht nur selbstständig mit 80.000 Euro Einkünften, sondern du bist auch noch irgendwie angestellt. Dann müsstest du das Anstellungsverhältnis hier reinrechnen. Müsstest bei der Steuer, die du hier bezahlen musst, die Lohnsteuer, die dein Arbeitgeber behält, aber abziehen. Und genauso müsstest du es zum Beispiel machen, wenn du verheiratet bist. Dann würdest du hier auf verheiratet gehen und würdest eben das gemeinsame Familieneinkommen eingeben. Sagen wir mal, dein Ehepartner verdient eben auch noch ein bisschen was. Du kommst auf 130.000 Euro. Das ist das Familieneinkommen. Dann kommst du auf 33.000 und für deinen Partner wird jetzt 10.000 Euro Lohnsteuer einbehalten. Dann musst du eben die 33.000 minus die 10.000 Euro rechnen. Und dann wüsstest du, was auf dich entfällt und kannst das Ganze dann wieder runterrechnen. Das ist einfach nur der Unterschied Splitting-Tarif, Einzeltarif. Wenn du verheiratet bist und gemeinsam eine Steuererklärung abgibst, bekommst du einen Splitting-Tarif und dann ist eben deine Steuerbelastung günstiger. Das sieht man hier. Wenn ich jetzt sage 130.000, ich bin verheiratet, dann zahle ich 25 Prozent im Schnitt. Wenn ich jetzt sagen würde, alleinstehend gleiches Einkommen 35 Prozent. Das ist der Vorteil, den du dann eben durch die Hochzeit steuerlich bekommst. Aber deswegen muss man richtig rechnen. Also wenn du verheiratet bist, bitte immer vom gemeinsamen Ehegatten-Einkommen hier ausgehen, die Lohnsteuer entsprechend abziehen, die einer der Ehegatten noch bezahlt oder die Vorauszahlung des anderen Ehegatten noch abziehen. Und dann kannst du es dir ausrechnen. Wenn du nicht verheiratet bist, gehst du eben auf alleinstehend, tippst alle deine Einkünfte ab, ziehst deine Krankenversicherungsbeiträge noch ab und bekommst eben grob raus, was dabei rauskommt. Das muss ja nicht auf den Euro genau stimmen. Wie gesagt, du wirst immer eine Nachzahlung oder eine Erstattung haben. 100 Prozent passt das nie. Es geht ja nur darum, sich damit zu beschäftigen. Weil der Punkt ist, diese hohen Nachzahlungen, diese Horrorgeschichten, die du immer hörst, die kommen eben daher, dass die Selbstständigen eben nicht hingegangen sind und haben ihre Vorauszahlungen angepasst. Und plötzlich, weil die Vorauszahlungen nur 5.000 Euro im ganzen Jahr waren, entstehen jetzt bei diesen Zahlen hier 15.000 Euro Nachzahlungen, zahlbar innerhalb eines Monats. Und ob du die Kohle dann als Selbstständiger irgendwo liegen hast, klar, das ist zweifelhaft. Aber wie gesagt, das lässt sich alles vermeiden, indem man eben das hier regelmäßig schaut. Was die Gewerbesteuer betrifft, das will ich auch noch kurz sagen, die Gewerbesteuer ist bei einem Einzelunternehmer in der Regel keine große Belastung, weil du die Gewerbesteuer auf die Einkommenssteuer eben anrechnen kannst. Das heißt, das, was du an Gewerbesteuer bekommst, das bekommst du bei der Einkommenssteuer wie ein Rabatt abgezogen. Das ist bei anderen Gesellschaftsformen, wie zum Beispiel der Kapitalgesellschaft, der GmbH, komplett anders. Aber bei einem Einzelunternehmen ist das so. Du bekommst die Gewerbesteuer zu großen teilen auf deine Einkommenssteuer wie ein Rabatt abgezogen. Das heißt, es reicht aus meiner Sicht aus, die Einkommenssteuer zu brechen, 22.000 Euro. Und dann würde ich eben diese 22.000 auf die Gewerbesteuervorauszahlung und auf die Einkommenssteuervorauszahlung ein bisschen aufteilen, weil das, was du an Gewerbesteuer bezahlen wirst, bekommst du bei der Einkommenssteuer wieder abgezogen. In der Summe müsste es am Ende des Tages passen. Aber das solltest du auf jeden Fall schon mal als erstes auf dem Schirm behalten. Was ich dir jetzt noch empfehlen kann, ist, dass du darauf achtest, ist, dass du auch genug Liquidität auf dem Bankkonto hast. Also sprich, dass du eine vernünftige Bankkontenstruktur hast. Auch dazu folgende Grafik. Ich würde empfehlen, Bankkonten für Selbstständige. Ich würde empfehlen, dass du einmal ein Privatkonto machst. Privates Konto, privates Girokonto. Davon bezahlst du deine Miete, davon bezahlst du deine Lebensmittel, deine privaten Versicherungen und was du sonst noch so machst. Und der zweite Punkt sollte dann eben ein Geschäftskonto sein. Das heißt, du solltest also Geschäft und Privat trennen. Man muss das nicht, Geschäftskonto, man muss es nicht machen. Du kannst auch von einem Privatkonto Betriebsausgaben überweisen und kannst sie trotzdem abziehen. Das ist kein Kriterium. Es macht aber vieles einfacher, weil du dann zum Beispiel dein Geschäftskonto eben auch in LexOffice oder einer anderen Buchhaltungssoftware eben auch hinterlegen kannst, weil du dann weißt, alles, was vom Geschäftskonto läuft, ist auch geschäftlich. Also ich brauche zu jeder Bankabbuchung auf dem Geschäftskonto dann auch ein Beleg und so weiter. Macht vieles einfacher. Das heißt, das würde ich dir mal empfehlen. Und dann würde ich aber auch hingehen und würde bei dem Geschäftskonto noch Unterkonten einrichten. Nämlich, ich würde das unterteilen einmal in das laufende Konto, laufend, und in eine Steuerrücklage. Du kannst überlegen, ob du noch weitere Unterkonten einrichtest, habe ich zum Beispiel. Da gibt es alle möglichen Banken. Ich will jetzt keine konkreten Empfehlungen aussprechen, aber es gibt viele Banken, bei denen du eben bei einem Geschäftskonto verschiedene Unterkonten anlegen kannst. Ich selber nutze zum Beispiel N26, bin damit auch echt zufrieden. So, und da kannst du Spaces anlegen. Da kannst du sagen, ich habe ein Geschäftskonto und da gibt es dann ein Space Rückgelagen. Dann gibt es ein Space Steuern. Dann gibt es einen dritten Space Personal, Sozialabgaben. Du kannst das dann mit verschiedenen Unterkonten eben dir einrichten. So, und was ich machen würde, ist, wenn jetzt hier Umsatz reinkommt, also sagen wir mal, da kommt jetzt ein Umsatz, 10.000 Euro Umsatz. Ein Kunde bezahlt eine größere Rechnung. So, du hast eben gecheckt in dem BMF Steuerrechner, wie hoch deine durchschnittliche Einkommensteuerbelastung ist, sagen wir mal 30 Prozent. Du weißt, 30 Prozent vom Gewinn werde ich einbehalten müssen. Dann würde ich hingehen und würde also von diesen 10.000 Euro erst mal die 19 Prozent, also unterstellt, du wärst umsatzsteuerpflichtig, die würde ich erst mal aus den 10.000 rausrechnen, würde sie in die Steuerrücklage packen. Und von dem, was dann übrig bleibt, würde ich dann noch mal roundabout 30 Prozent vom Netto, das können auch mehr, das können auch weniger sein, aber 30 Prozent ist eine ganz gute Faustformel. Das, was dann noch übrig bleibt, 30 Prozent vom Netto auch in die Steuerrücklage umbuchen, weil dann weißt du, du hast auf jeden Fall schon mal was für die Einkommensteuer zur Seite gelegt. Also, wenn dein Durchschnittsteuersatz 30 Prozent wäre, dann wären 30 Prozent ein bisschen viel, weil du wirst ja noch ein paar Betriebsausgaben haben, die du gegenrechnen kannst. Dann würde ich vielleicht 25 Prozent machen. Wenn du 35 Prozent durchschnittlichen Einkommensteuersatz hast, dann passt das mit den 30 Prozent wieder ganz gut. Wenn du natürlich von dem Umsatz, der hier reingehst, noch riesige Betriebsausgaben abziehen musst, dann ist wieder was anderes. Dann würde ich grob rechnen, wie hoch ist denn mein voraussichtlicher Deckungsbeitrag aus dem Umsatz, also Umsatz minus variable Kosten. Was bleibt denn da ungefähr hängen? Und dann würde ich auf den Betrag diese roundabout 30 Prozent Pi mal Daumen anpassen. Also, da musst du mal gucken, was für dich passt, wie viel oder welcher Prozentsatz sich für dich bewährt. Aber was ich auf jeden Fall sagen will, von den 10.000 Euro Umsatz nimmst du am besten, bevor du irgendwas machst, schon mal ein ganzes Pack und schiebst es auf die Steuerrücklage. Auf jeden Fall die Umsatzsteuer, weil die vereinnahmst du ja nur treuhänderig, die leitest du ja nur an das Finanzamt weiter und aber idealerweise zusätzlich auch noch was für deinen voraussichtlichen Gewinn. Und wenn du das machst, dann bleibt auf dem Geschäftskonto, auf dem laufenden Konto natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und davon kannst du aber hingehen und kannst irgendwelche Dinge kaufen, irgendwelche betrieblichen Dinge kaufen. Du kannst aber auch hingehen und das solltest du dann einmal im Monat machen. Und solltest dir zum Beispiel hier einmal im Monat eben so eine Art Gehalt. Ich setze das mal in Anführungszeichen, weil es ist kein Gehalt. Du kannst dir selbst kein Gehalt schulden, jedenfalls nicht als Einzelunternehmer, als natürliche Person. Aber du solltest dir dann selber eben jeden Monat was runterbuchen. So viel, wie du eben auf dem Privatkonto brauchst. Und von dem laufen dann dann die ganzen privaten Ausgaben ab. Aber das wäre eine Kontenstruktur, die dir zumindest mal eine Übersicht ermöglicht. Was von dem, was auf meinem Bankkonto drauf ist, gehört denn tatsächlich mir? Weil du wirst nämlich feststellen, wenn du das konsequent managst, dann gehören dir am Ende von den 10.000 Euro Umsatz dann doch nur 5.000 Euro. Und das sieht natürlich erstmal bitter aus. Aber das Schöne ist, und das finde ich jedenfalls sehr befriedigend, dass du weißt, ich werde mit dem Finanzamt keinen Stress haben. Ich habe schon das, was ich voraussichtlich an Steuern bezahlt habe. Das habe ich schon auf einem Steuerrücklagekonto. Ich sehe in meiner Banking-App, dass das ein eigenes Konto ist. Ich sehe, dass dieses Geld nicht mir gehört, sondern dass ich das voraussichtlich eben brauchen werde, um das an das Finanzamt zu überweisen. Und dann weise ich im Umkehrschluss aber auch, das, was auf dem laufenden Konto drauf ist, das gehört auch wirklich mir. Ich brauche also überhaupt nicht in der Angst zu leben, dass irgendwann eine größere Nachzahlung kommt, die ich nicht bedienen kann. Weil ich habe auf jeden Fall genug Geld zur Seite gelegt. Und das würde ich eben in Kombination zu diesen Vorauszahlungen sehen. Also bitte, bitte versuche konsequent mit Hilfe von einem guten Steuersetup dein Geld richtig zu managen, eine ordentliche Steuerrücklage zu bilden. Dann brauchst du von der Vorauszahlung oder von der Nachzahlung per se keine Angst zu haben, weil du hast die Liquidität schon zur Seite gelegt. Und wenn du dann noch hingehst und hast deine Vorauszahlungen im Blick und überlegst am Jahresbeginn, wie viel Gewinn werde ich denn machen? Überprüfst mit jeder Monats- oder Quartalsbuchhaltung, passt das denn noch? Muss ich vielleicht meine Vorauszahlungen anpassen lassen? Da kannst du einen Antrag stellen, das kann ein Steuerberater machen, das kannst du auch selber machen, beispielsweise über Elster Online. Da kannst du den Account anlegen, da gibt es ein Formular, Antrag auf Anpassung der Vorauszahlung. Da schreibst du einfach dem Finanzamt, wie hoch denn die Vorauszahlungen sein sollen. Du kannst auch eine Mail schreiben, du kannst auch einen Brief ans Finanzamt schreiben, wie auch immer. Aber das einfach auf dem Schirm zu behalten, muss ich vielleicht meine Vorauszahlungen anpassen. Die Liquidität hast du auf dem Steuerrücklagekonto sowieso schon liegen, dann lässt du die Vorauszahlung anpassen und dann weißt du, ich werde definitiv bei keiner der Steuerarten zu keinem Zeitpunkt irgendeine höhere Nachzahlung haben. Wenn du diese Spielregeln beachtest, Steuerrücklage plus Vorauszahlung im Blick behalten, dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dann wirst du keine Angst mehr vor dem Finanzamt haben müssen, weil dann wird es nicht dazu kommen, dass du plötzlich einen Bescheid mit einer riesigen Nachzahlung bekommst, die dann innerhalb eines Monats fällig wird. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die ganzen Selbstständigen, die Probleme mit dem Finanzamt hatten wegen höheren Nachzahlungen, die innerhalb von einem Monat fällig waren oder wegen gefändeten Bankkonten und so weiter, die hatten einfach diesen Punkt nicht auf dem Schirm. Die haben kein Steuerrücklagekonto gebildet, das heißt, die haben mehr Geld ausgegeben, als ihnen eigentlich gehört. Die haben für die Steuer nichts zur Seite gelegt, die haben ihre Vorauszahlung nicht gemanagt und dann kam auf einmal die Steuererklärung mit einer Nachzahlung von 20.000 Euro, weil das Geld schon ausgegeben war, war es nicht da. Und dann hast du auf einmal den Salat. Du musst gucken, wie du in einem Monat 20.000 Euro aufbringst, um deine Steuer zu zahlen. Und im Prinzip, das muss man so hart sagen, hast du bis dahin eigentlich über deine Verhältnisse gelebt, weil du eben Geld ausgegeben hast, was dir eigentlich gar nicht gehört hat, weil du diese Klarheit, diese Steuerrücklagekonto und diese Sachen nicht hattest. Also das hier, diese beiden Dinge, meine dringende Empfehlung, dann kann dir aus meiner Sicht nicht mehr so viel passieren, beziehungsweise dann freust du dich schon fast auf den nächsten Steuertermin, weil du weißt, ich habe meine Angelegenheiten einfach geregelt. Und da gehört ein bisschen Disziplin, ein bisschen Know-how dazu. Deswegen hoffe ich, dass dir das Video etwas gebracht hat. Was sind deine Fragen dazu? Schreib mir doch gerne in die Kommentare, like den Kanal, abonnier den Kanal und auf eine Sache möchte ich ganz besonders hinweisen, denn ich veranstalte in den nächsten Monaten eine komplett kostenlose Webinar-Reihe. Ja, ganz viele verschiedene Webinare zu verschiedenen Themen, alle zugeschnitten für Selbstständige und Unternehmer. Du kannst kostenlos teilnehmen. Da geht es um das, was wir in diesem Video besprochen haben. Da geht es um viele, viele andere Dinge, die man wissen sollte. Da geht es darum, wie du teure Fehler vermeidest, wie du deine Buchhaltung automatisierst, damit du eben weniger Zeit für die Buchhaltung aufwenden kannst. Da geht es darum, wie du aktiv auch Steuern sparen kannst und und und. Also wirklich super Wissen von einem Steuerberater kostenlos für dich. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast, schau dir mal den Link in der Videobeschreibung an. Schau mal, ob ein Thema dabei ist, was dich reizt. Da geht es auch beispielsweise um die E-Rechnung, die ja brandaktuell ist. Schau einfach mal rein, ob da was ist, was dir gefällt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dort bei einem der kostenlosen Webinare bis zum Jahresende sehen. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, ein Abo dalassen und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns in dem nächsten Video, in der nächsten Podcast-Folge, wo auch immer, sehen. In diesem Sinne, mach es gut. Bis dann, dein Steuerberater Ken Kalpe. Ciao.